Krampf im Finger, beim Krampf gespielen, das ist nicht besonders schön. Man bewegt sie viel zu schnell und hat nicht mehr die Kontrolle unter sich. Meine Güte, warum schmerzt dieser Krampf so fürchterlich? Doch das Lied ist noch lange nicht zu Ende, es sind Schmerzen, die kaum zu ertragen sind. Meine rechte Hand, die spinnt so langsam, weil die Hände nicht mehr locker sind. Ja, wollte ich nur mal so sagen. Man muss sie ausschütteln. Es ist alles doch kein Problem, denn wenn man... Ja, ich hab' ich noch nie gesungen. Ich hab' ich noch nie gesungen.